Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute. Das versprochene zweite Adventslied, das ich mit euch singen will, O komm, o komm, du Morgenstern, das besingt die beiden Dinge, um die es im Advent vor allem geht. Die Sehnsucht danach, dass Jesus kommt und die Freude daran, dass er nah ist und dass er bald kommt. O komm, o komm, du Morgenstern. O komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, o unseren Herr. Vertreib das Dunkeln, o unsere Nacht, durch deines klaren Lichtes Pracht. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah, freut euch und singt Halleluja. O komm, du Sohn aus Davids Stadt, du Friedensbringer, o Osternach. Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei, und von des Bösern Tyrannei. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah, freut euch und singt Halleluja. O komm, o Herr, bleib bis ans Ende, bis das uns nichts mehr vor dir trägt, bis dich, wie es dein Wort verheißt, der freien Lied ohne Ende preist. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah, freut euch und singt Halleluja. Freut euch, wenn ihr Lust habt, am Sonntag in unseren Gottesdiensten und ansonsten an dieser Stelle wieder am kommenden Dienstag. Bis dahin, ciao.